Hallo Nation, großes Talent kommt zum BVB, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Ken Usun will bis zum Sommer in Nürnberg bleiben. Ich bin bereits bei einem großen Verein und werde sicher bis zum Sommer hier bleiben, sagte der Stürmer gegenüber. Bild, also möchte ich mich auch hier auf diese Aufgabe konzentrieren. Ich weiß nur, dass es keinen Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen. Klub, von dem ich vielleicht ein Angebot habe, vervollständigte er, die beiden Bundesliga-Schwergewichte Borussia Dortmund und Bayern sollen Interesse am Youngster haben. Kein Wunder, spielt Usun doch eine hervorragende Saison beim Zweitligisten. Auch Deutschland und die Türkei konkurrieren um die Dienste des 18-Jährigen, der betont, Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und weiß immer noch nicht, was ich tun werde. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.